Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Grounded und zwar Folge 72 mittlerweile. Wendel ist da unten und wir kamen jetzt nicht dazu doch hier schon irgendwie Materialien an zu häufen. Jetzt machen wir nämlich folgendes. Wir gehen jetzt erstmal weg zur Homebase und werden... Oh nee, ich habe jetzt sofort hier... Was liegt denn hier noch alles? Achso, das ist alles hier noch trockene Gras. Ja, wir gehen jetzt einfach mal erstmal zur Homebase. Ne, das brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Warte. Ja, okay, wir müssen ja links halten. Ja, ja, zu der Seilbahn, zu der Seilbahn. So, was ist das? Achso, Grasdinge. Ne, wir gehen auf jeden Fall zur Homebase und bauen da auf jeden Fall die Steinmauer ab. Und transferen die dann hier zu diesen komischen Stromschnittstellen oder was auch immer das ist. Also, auf die Agro. Jetzt kommt der Mantis. Oh, ich bin im zweiten Menü. Oh, pass auf. Jetzt kommt der auch noch. Oh. Scheiße. So. Also wie gesagt, mein Gedanke ist, wir müssen es nur gut genug verstärken, dann haben wir die nötige Zeit, um die dann platt zu machen. So denke ich zumindest. Erstmal schluck Kaffee auf der Seilbahn. Weißt du, was noch geil wäre, so ein Geschütz? Aber macht das genug Schaden? Das weiß ich nicht. Hatte ich immer nie das Gefühl, dass es genug Schaden macht. Ich weiß nicht, sind das die Ati-Treiber oder so? Ich habe jetzt hier auch so Ruckler. Oder ist das hier irgendwie der Xbox? Ich glaube, wäre der Xbox Herbst. Wieso hast du auch kleine Ruckler? Nee, aber... Ich vermute nicht, dass das das Spiel ist. Ja, aber ich habe letztens noch die Treiber, die Grafikkarten-Treiber aktualisiert. Hast du genug bei Speicherplatz? Das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht geguckt. Das ist doch zugeballert mit Videos. Naja, das ist eigentlich echt ein guter Punkt. Da müsste ich gleich echt mal gucken. Weil ich hatte ja schon mal den Fall, dass eine Aufnahme nicht... Oh, oh. Dass eine Aufnahme abgebrochen war, wegen fehlendem Speicher. Kannst du hin, dass die Cash sind überlastet wird? Warte mal. So. Was haben wir jetzt überhaupt? Nee, wir sind da hier. Wir brauchen auch noch mal was zu essen. Ja, das ist wahr. So, schnell einlagern. So, nichts. So, was können wir denn gebrauchen? Das können wir unten hin lagern. Ja, wir müssen ja auch gucken. Wenn wir noch mehr von diesen komischen Stachelfallen machen, dann müssen wir vielleicht noch mal zu so einer Distel, ne? Oh, shit. Oh, shit. Jetzt habe ich alles. Oh, no. Oh. Oh, ich mache hier jede falsche Taste. Warte. 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 Hä? Was mache ich hier da? Oh, was. Oh, was. Oh. 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 Die letzten Angriffe von der Natur hier, die waren ja auch überhaupt nicht heavy oder so. Ist da eine Spinne? Oh. Ich glaube, hier ist eine große Wolfspin irgendwo. ich hab da irgendwo gehört irgendwie richtung hier was hat ihre richtung westen wiederverwerten ja wiederverwerten muss oder kannst diese pilz blöcke aufsammeln ich glaube der dingspunkt macht zu wenig schaden brauchen wir doch nicht machen das geschützt ich glaube nicht das könnte auch mal nur in eine richtung fallen hat wir mal geil ja doch dahinten läuft die spinne ja ich sehe sie aber die kommt doch nicht diese richtung aus ne ne die ist weggegangen was haben wir hier noch ach pilzziegel habe ich hier auch sogar noch mal hergestellt da müssten wir hier vielleicht umstellen ich habe die spinne wieder doch die kommt hierhin so und die kommt hierhin vielleicht geht sie weg vielleicht auch nicht warum ist hier oben das war zu viel manpower ey meine glüte ey guck mal was ist denn hier passiert ist ein ding von uns kaputt gegangen oder wir hatten nur zwei gras dinger oder normalerweise ja ich schnippe jäger ab so soll wir können auf jeden fall einiges machen einiges damit dann ich glaube jetzt ist einer in den boden reingepackt ich habe aber lieber dass wir ihn attackieren weil wenn wir weg sind er attackiert unsere base nee das machen die doch eigentlich nicht oder ist denn noch eine doch da ist doch eines ist doch wir müssen nochmal ran was ist hier los das ist jetzt noch eine nur bell scheiße ich brauch mal irgendwie so ey drei spinnen bei so wie viel pilzziegel habe ich denn jetzt im inventar eigentlich 19 25 okay ich packe noch mal 53 oder 6 sogar dann habe ich vier mal 25 was drei mal zu essen brauchen wir noch ich gehe mal noch mal zu ditzl die war doch hier irgendwo hier hinten oder nicht hier läuft noch eine spinne rum stone die richtung base so ich bin bei der distel auf jeden fall er ist noch bei mir ist auch wieder eine spinne ich weiß nicht so entweder ist das gerade bagi oder ich habe etwas kollege warte zwischen deiner augen mann weil ich auch 16 them Momentar voll. Poison, Poison. Also ich habe eine Spin jetzt gerade noch mal hier erledigt. Aber das sind vier Spinnen jetzt schon gewesen. Vier Stück. Ja, was ist denn los? Ja, hier kommt noch einer. Hier ist noch einer. Hat sie mich gesehen? Warum finde ich kein Essen? Meine Spiele. Also ich kümmere mich gerade um die 5 zu Spinnen. Keine Ahnung, was hier los ist, ey. Ne, das brauche ich nicht. Oh, da ist doch so ein Käfer. An der anderen Seite wirklich nichts. Das ist ja ein bisschen zu groß. Warum sind wir Marienkäfer auf jeden Fall? Habe ich hier was? So, okay. Okay, was habe ich jetzt alles bei? Das ist das, das, das. Ich habe jetzt insgesamt... Ja, 75... Ist das Fleisch gewesen? Oder war das wieder Dörrfleisch hier? Ne, wo ist das Fleisch? Ja, das ist das Fleisch. So, Unkrautstängel, Distelstachel, Saft und grobes Seil. Saft und grobes Seil. Wie viel Saft habe ich denn bei? Okay. Grobes Seil, ne? Haben wir gemacht. Ja, da war es. Du kannst nicht... Du kannst nicht... So, dann höre ich hier was. Wieder eine Spinne? Nee. Aber, was sind da die Kleinen? Wo sie uns essen? Hier gibt es keine Kleinen mehr, genug Spinnen gibt es hier. Wo ist eigentlich noch mal unser Saftdingen gewesen? Wobei da war nie viel drin. Eine Baseball. Auch mal ein Baseball. Wir können ja beim Baum einmachen, wenn wir damit eh hincruisen. Da sind ja immer diese, ähm, ja, Kristallsaft da, den man zerschlagen kann. Was? Warum? Hey, das sind ferngesteuerte. Hier kommt ein Bombardierkäfer, ferngesteuert. Oh, cool. Oh, ich höre was. Und hier ist ja... ... Oh, ich höre was. Ach, den könnten wir aber einmal. Ich brauche nämlich ein paar... ...ein paar Löwenzahn, die da brauche ich wieder. Oh, ich höre. Is das auch der Honor in Mainz, ne? Ah, da läuft das. Da. Da. Ich go. Warte mal, hier ist irgendwo so eine Laus, wo ist die? Hä, wo bist du? Wo bist du, Laus? Hey, Mr. Antler! Wo wir wieder rüber gehen, erstmal gucken, ob wir alles haben, was wir. Ja. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war kein Pilzbrei mehr. Oh, das dauert aber auch so lange. Also ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal diese Stacheln, diese Distel Stacheln, die habe ich auf jeden Fall schon mal. Okay. Ähm. Was für eine Heilbombe geschmissen, oder? Ja. Ja. Ich habe wieder 13 Verbände, das sollte reichen. Ich guck dir nicht mal das nicht. Ja. Ich habe noch Reißsaft. Also Seile könnte ich auch noch herstellen. Ton haben wir jetzt nicht genug. So. Saft müssen wir ja noch beim Eichelbaum da holen. Also das ist safe. Ja, gut. Gibt es noch mehr irgendwo Distel Stacheln? Ja. Hier sind noch das Stacheln. Hier sind noch 9. Distel Stacheln, meinst du? Ja. Hier. Ich mache die mal kurz in der Passivite. Dann müssen wir nehmen. Okay, fühlt sich da schon. Ja. Jetzt kann man diese Käste. Mit dem Schwert, oder? Ja. Nein, hier die... Mit der Wurst. Mit der Wurst. Ja. Mit der Wurst. Mit der Wurst. Mit der Wurst. Ja, alles andere müsste eigentlich repariert sein bei mir. Denk auch daran zu reparieren, ne? Was ist das denn? sprühe dem amt scherbe so ich habe doch genug von diesen feldspelz habe ich sogar noch so dass das das der unkraut stelle müssen wir ja vor ort da besorgen ok wo müsste schmerzungen machen also bei mir sieht es auch gut aus außer jetzt ein bisschen essen ist ein problem aber ich kann ja auch unter auf dem weg kann ich ja auch töten ich kann es sind wieder gehört oder ja ich bin auch bereit also dann gehen wir erst mal dass uns erstmal in die richtung da gehen wieder was sind hier wieder tür ist unten zu ne was ich das von hier ist zu 100 pro wieder ein schluck kaffee aber ich habe mir irgendwas weggeholt irgendwie erkältungstechnisch das wetter war auch komischer jetzt auch wie es war plötzlich alles noch so nass ist da ja das ist irgendwie momentan ganz komisches wetter hast recht also erst war ja warm geworden dann hat es jetzt wieder sehr kalt morgens auch schon ein grad oder so und ach so wir wollen hier noch saft ja ich hole mal mein hammer raus hauptsache ist nicht diese komische mutanten spieler aber ich höre die glaube ich oh ist sie bei mir nein kann nicht sein wo gehst hin kollega wo ist noch nie ist das der kann doch nichts wo hoch so so wo ist die saft also ich habe 35 saft ich weiß nicht wie viel man braucht aber ich habe ich doch aber nicht die mutanten irgendwie sehe ich gerade nicht wo dieses ding ist was hier immer hängen ach shit auf warum habe ich das denn jetzt mit shit kann ich irgendwas ich weiß nicht so diese brocken zum abklopfen habe ich jetzt bisher gar nicht gefunden ja sonst muss man ja noch mal gucken oder so ich glaube hier wäre eigentlich im brocken aber der ist nicht da egal ich komme das treffen ich habe 40 saft zumindest mal gucken wie weit wir damit kommen ich versuche hier nicht 40 mord zu regern na komm ach guck mal hier haben wir die falllage noch gar nicht gehst ja nice nice ok warte hier machen wir uns das da Oh, da seh ich die Spille, die kommt genau hier auf. Oh. Ja, alles okay? Oh, jetzt ist es saft. Bin da, bin da, bin da. Ja, das ist richtig geil. Richtig geil. Nein. Was? Oh Gott, das ist glaube ich keine Idee, wenn wir direkt hintereinander. Ich wollte gerade gemütlich meinen Kaffee zücken. Oh, hier sind so viele von diesen Läusen. Und ich kann gerade nichts mitnehmen. Komm ich auch. Ich sehe ja so einen komischen Holzstumpf. Und übrigens, im Hauptmenü stand irgendwie, man sollte im Burgelshop mal nach Frühlingsevent oder so. Also da stand irgendwie Frühlingsevent, schau mal im Burgelshop vorbei. Okay. Vielleicht gibt es ja auch wieder irgendein Item, das man bauen kann, wie beim Weihnachten. Dieser komische, mickrige Weihnachtsbaum da. Ja. Stimmt. Auch hier haben wir die coolen Geschenke bekommen. Oh ja, das war geil. Das war geil. Sag hier doch nichts. Die rote Ameise, die neue Ameise. Na ja, klar. Der Laufkling auch nicht. So, so, so. So, so, so. So, so. So, so, so. ... nee. I melee diese Souven, der ... Oh Gott. Wie können die? Ah Gott. Oh, ich hab' den Fassel. Hey. Das ist der... Das ist gut. so wie baut man auch mit b bestem aber pass auf lass uns erst mal hier kurz auf dieses bauwerk hinten gehen weil da machen wir mal mit der folge ende und dann bauen wir gleich in der nächsten folge dann hier weiter die verteidigung also so hier oben sollten gestorben oder okay okay dann auf jeden fall vielen dank fürs zusehen in der nächsten folge bauen wir dann das ding da hinten auf jeden fall auch ein und vielleicht das holz ding da hinten auch noch mal ein bisschen vor oder so keine ahnung müssen wir schauen über like abo und kommentar würden uns freuen bis zur nächsten folge ciao ciao Das war's.